hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf meinem kleinen hof in der schwatzingen auf der schwatzingen ich sehe schon hier steht noch eine wollpalette das heißt wir können die eigentlich können anhänger eigentlich voll machen und dann hätten wir einen kompletten anhänger voll wolle aber ich muss zuerst mal den jürgen anrufen hallo hallo jürgen du ich bräuchte ich mal bei meinem hof unbedingt wir müssen hier mal ein bisschen größere umbaumaßnahmen starten ja wann hast du denn zeit wenn du willst komm ich jetzt direkt runter das wäre gut dann das passt ich bin am hof muss noch ein bisschen telefonieren dann passt das dann sehen wir uns gleich so dann muss ich gleich noch den harry anrufen weil ich habe hier ein haufen stämme rumliegen wir werden auf jeden fall hallo hallo harry ja du ich brauche dich unbedingt hier an meinem hof warum ich muss haben haufen bäume gefällt die müssen alle weg naja und ich habe jetzt zu meinem gefahren dann komme ich jetzt zu dir okay super dann bis gleich ist klar okay perfekt das läuft so mal dann können wir hier ein bisschen geld verdienen mit dem holz und dann habe ich geld um dafür dass der jürgen hier ein bisschen umbaut bei mir hallo 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 du hast um anruf gebeten ja ich hätte eine frage braucht vielleicht hafer hafer ja eigentlich nicht ja das wäre okay weil meine meine hündchen brauchen keine hafer meine schäfchen denn technik gibt es bei mir nicht ja sei alles hier sein ja eben okay gut dann ja dann ist ebenso tschüss so dann hätte man das auch aufgeladen so dann mache ich bei den schäfchen gerade noch mal sauber was macht denn die politik ach ist der jürgen im polizeiauto unterwegs servus fährst du hier privat mit dem dienstfahrzeug oder wie da ja gleich unten ding ist und ich nicht wusste wie lange wir hier brauchen fahrst du gleich mit dem polizeiauto da rüber ah ok gegen absicherung also ja im moment ich muss kurz die paletten festmachen so guck mal hier viel wolle ja habe ich schon ein bisschen so langsam rentiert sich die scharfzucht kann man das hier in der seite runter machen äh ne hinten 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 kannst du da sind noch siehst du wenn du guckst da sind ding drin ja ja das weiß ich so auffahrrampen also ähm ach der harry sammelt schon ein warte mal kurz mit dem harry quatschen ja warte ich komm mit ich fragte mal ob der meine mitnehmen kann das wäre aber ungeschickt nur vermischt er die preise ja danach ich hab nur ein paar harry ja es geht aber flott hier machst du dich gleich an die arbeit ja ich hoffe dass alles passt ähm der hinten hängt einer ziemlich weit raus warte mal harry na bist du des wahnsinns du kannst doch nicht einfach meine stämme hier klein machen krieg doch weniger geld dafür ach wat hab ich abgeschnitten ähm harry auf der anderen seite müssten auch noch welche liegen ah ja da drüben oder also hier an dem feldrand irgendwo glaubt ah hier liegt noch einer da musst du auch mal gucken äh hier unten auch die Birke da hat es auch aufgeladen ja das passt alles alles weg damit ja ja gut ähm dann überweist man halt dann das geld oder bringst es mal vorbei ja gut gut ja kannst du mal oben beim bauhof schauen wo wir neu gebaut haben da liegen glaube ich sechs oder sieben stämme ja kannst du die vielleicht auch irgendwie weg bringen ja die verkaufen oder ja ja genau ja okay das wär lieb jo dann komm ich da einfach bei jo danke dir ne jo passt jo tschau viel spaß noch ja tschüss so also es gibt hier ein bisschen was zu tun ja und zwar hätte ich hier gerne das mir hier auffüllst ja hier liegt auch noch einer Moment ich roube mir grad nochmal den so Warte. Harry? Ja? Äh, da zwischendrin musst du auch mal reinfahren. Bei den Freisichttauben, da liegt auch noch einer. Aber du musst einfach mal... Ja, die mit den roten Felgen können wir, ja. Hier. Ich glaube, das war's aber dann. Okay, gut. Ja, war's. Ciao. So. Uiuiui. Hat aber ordentlich was zu tun, der Deutz. Ah, ist halt Deutz, ne? Jo. Ja. Also, hier muss aufgefüllt werden. Und zwar auf Kante von der Mauer. Kriegen wir hin, jo. Und dann, dass ich hier hochfahren kann. Also, das soll, äh, so... Also, dass du hier ein bisschen angleichst, dass ich da hochfahren kann. Ja, an Trampe, ja. Und dann müssen wir gucken, ähm... Ich hätte hier gerne eine Halle stehen. Wenn wir gerade mal reingucken in den Katalog. Ja. Äh, ganz... Ziemlich weit hinten. Ähm... Von der Firma... LSFM-Modding. Äh, LS Company. Ja. Ähm... Ich guck mal grad, ob der welche da passt. Ähm... M-M... M-M... Hallo, Version 1. Ja, ich weiß nicht. Den 1er meinst du? Den Unterstand... Ne, ich... Da will ein Zoll, ein Unterstand hin. Ah, okay. Ähm... Dann nehmen wir vielleicht... Den V3, oder? Oh. Ja. Ja, der V3, der wär halt auch schon für später ein bisschen ausgereift, gell? Ja, der wär schon... Den Preis ist ja auch nicht schlecht. Ja, dann machst du mir den da hin. Gehört dir die Wiese, oder? Wie weit geht das Grundstück denn hier? Nee, aber das passt. Wohin geht das Grundstück? Circa hier? Ähm... Ja, ein bisschen... Ein bisschen weniger. Hier so? Ja. Noch ein bisschen weiter. Rechts. Rechts, 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 rechts... Stopp. Nee. Ein bisschen nach links. noch ein bisschen ja das geht dann passt gut und dann hätte ich gerne hier vorne gerade mit hier so ziemlich das gleiche spiel ja auch auffüllen und dann muss gucken mit der straße hier ja aber das grundstück an der ecke gehört noch mit dazu bis wohin auffüllen mauer mauer mauerhöhe und beiden also hier eckkante ja also das soll das soll auch eine halle hin das und eine halle hin muss nur gerade mal gucken welche ich habe übrigens die sprühdose dabei hat es gut dieses dings da mit dem wagenheber etc pp ach dann macht es ach so willst du die hin haben hier so rein wo bist du denn eigentlich hier die ecke hier so ja nicht ganz in die ecke hier so mitten rein da wo ich gerade stehen wenn das geht bad richtung hier also von hier nach da also so rüber weil hier soll dann auch noch mal eine rampe hochgehen ich weiß noch nicht mehr welche halle ich da geplant hatte ich hatte da schon mal in so einem 3d tool überlegt wo gut ist aber groß die kriege ich da gar nicht hin oder warte mal da müsste man vielleicht lässt die markierung mal noch und wir gucken erst mal ob wir das anders irgendwie hin bekriegen aber hältst du denn von der markierung wenn wir die hier hinten wo der frontlader wo die staufel ist ne warte mal weil vielleicht hast du so eine markierung auch in einer der hallen drin das ist nämlich gut möglich ja kriegt man auch rein ja dann machen wir erst mal die halle und dann gucken wir mal ich muss nur gucken welche halle ich da gerne hätte aber du kannst erst mal die erdarbeiten machen und dann gucken wir welche halle wird da hinstellen weil ich brauche noch ein bisschen braut bin auf das geld vom harry angewiesen dann würde ich mal kurz rüber gehen zu den feldern und gucken was die machen ja dann komme ich so lange mit dann fahre ich gleich runter und dann komme ich danach direkt mit den fahrzeugen ja hat mir jetzt auch wieder ein feld gekauft ne ein zweites oder mein altes habe ich bei diesem portal was du da gesagt hast verkauft ja felder kaufen 24 genau hier liegt noch ein stückchen erst und habe mir jetzt oben beim bau auf die 25 gekauft ja dann baum vergessen denn das hier alles deine die zwei felder sind meine die eigentlich noch das hier fällt wenn sie so schön durchstreichen ja ich will die auf jeden fall zusammenlegen und dann auch noch weiter welche kaufen das richtig muss man gerade im lu telefonieren glaube ich soll ja ich muss jetzt gleich auch mal mit leuchten auf dem auto spannen obendrauf oder so äh den stamm ja bei dir auf den anhänger meinst du das könnte man machen dann bringe ich den nachher weg wenn ich zum äh zum treffen fahr jo ich guck mal ob der noch einen vergessen hat der hält du hast du gehört er hatte sein kind glaube ich wieder mit dabei ne ja ja der bruder oder war doch immer weißt doch auf auf äh traktoren steht jeder mensch ja das stimmt da steht ein auto im weg wegfahren oder guck mal schlüssel müsste stecken polizei autofahrt läuft so kriegst du den wirklich drauf ja da passt schon einfach hinter dir oder passt schon gut wobei ich wollte mal gerade offen auf die gucken für was ich für wolle krieg du hast aber schon viele tomaten und so ja ja gibt gut geld ich glaube dein handy klingelt hallo hallo sie wollten dass ich mich melde ja ich bräuchte jemanden zum dreschen auf feld schreibt mir gerade ganz kurz auf 98 unten 88 und 89 88 89 da ist Gerste drauf gut ich möchte ihnen keinen druck machen aber das müsste schnell passieren ja Volker telefoniert gerade auch mal ne jo mach mal okay dann kümmere ich mich drum so gut danke herr müller okay tschüss gut das muss laufen das muss laufen okay habe ich ja nicht die überweisung schon gekriegt naja die kam gerade rein telefon hallo hallo ja ja das geld angekommen ja kam gerade habe gerade kontostand gecheckt ich bedanke mich recht herzlich ja ja gut bis dann tschüss ja tschüss